Schönen guten Tag! Das Schüsseln der Klötzchen liegt am Trocknen und im Verlauf der Jahresringe. Herzlich Willkommen auf dem Kanal Corvus Laborat heute mit dem Wort am Mittwoch Nummer 42 mit was man sich hier alles rumschlagen muss. Also das eben gehörte war einer der Kommentare die ich bei mir lesen musste. Was will uns dieser Kommentator sagen? Ist auch egal. Es gibt noch mehr so einen Blödsinn den ich so im Laufe der Woche mal wieder irgendwo festgestellt habe und die Highlights die möchte ich euch kurz erläutern. In einem der Foren musste ich dann lesen dass jemand sich für eine Bandsäge interessiert. Bandsäge ist das hier. Ja man muss es ja schließlich sagen weil die Fragestellung war dann ich möchte möglichst hohe und tiefe Hölzer sägen. Welche Bandsäge könnt ihr mir empfehlen? Also ich würde mit dem möglichst hohen und tiefen Holz dann zum Maschinenhändler fahren und mal gucken ob das möglichst hohe und tiefe Holz auch durch die Bandsäge passt. Dann würde ich nach Hause fahren und gucken ob dieses Ding auch bei mir in die Werkstatt passt. Denn möglichst hohe und möglichst tiefe Schnitte kann man zum Beispiel an einem Sägewerk machen und die Dinger sind glaube ich vier bis sechs Meter hoch. Oder eigentlich keine Ahnung. Mit solchen Sägebändern also die Breite ist dann so. Also Fragestellungen gibt es. Die anderen aber auch nicht schlecht. Und zwar ging es da darum jemand möchte sich einen kombinierten Teller und Bandschleifer kaufen. Das Originalbild kann ich euch logischerweise nicht veröffentlichen. Damit ihr mal seht was ich meine. Also so Tellerschleifer und an der Motorachse ist dann da noch so ein Bandschleifer dran. Dann hat man hier vorne so eine Auflage und so. Also Tellerschleifer hier Auflage und Bandschleifer. Moment. Den Schwachsinn muss ich ablesen. Hab mal im Baumarkt gefragt. Das Teil wäre für meine Anwendung zu grob bzw. die werden mit 120er Papier bespannt geliefert. Feiner haben die die nicht. Heimwerker. Tja, soviel erstmal. Genug des Schabernacks. Ich denke mal, dass ihr, wenn ihr durch die Foren stöbert oder die Facebook-Gruppen ähnliches entdeckt. Zunächst einmal muss ich an der Tafel mal wieder was ändern. Und es ist jetzt eine Woche her, dass ich die 500 Abonnenten erreicht habe. Ihr seht, ich war die ganze Zeit in der Werkstatt, also gar nicht. So, und das stimmt auch wieder. Recht herzlichen Dank an alle für die ganz, ganz, ganz lieben Glückwünsche. Ich habe mich wahnsinnig darüber gefreut und mein Preisrätsel erfreute sich allgemeiner Beliebtheit. Ich habe in meinem E-Mail-Postfach vier Nachrichten. Ich denke mal, für die tapfere Aktion dieser vier Personen werde ich den Vieren allen etwas geben wollen. Danke den Vieren. Ich denke mal, dass mir da etwas passendes und schönes für euch einfällt. Vor allen Dingen eine Sabine, die ich bisher gar nicht kenne, mir einen unheimlich schönen langen Brief dazu geschrieben hat. Recht herzlichen Dank auch dafür. Liebe Sabine, ich habe mich über den Brief wirklich gefreut. So, was da oben ist, kann ich euch leider immer noch nicht zeigen, weil das Video noch nicht online ist. Dementsprechend muss ich das Bild hier oben wie immer noch kappen. Aber kommt bald. Also, ich denke mal, glaube, wisse, doch, am Sonntag ist es dann soweit. Und dann kann ich auch wieder die Kamera ganz schalten. Gut, machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Der ein oder andere kann sich vielleicht noch an das Eierbrett erinnern, was ich damals gebaut und verschenkt habe. Es ist damals auch da angekommen, wo es hin sollte. Nur, es war dem Beschenkten leider Gottes nicht mehr vergönnt, es zu benutzen. Dementsprechend habt ihr auch, glaube ich, nie erfahren, wo das wirklich hingegangen ist. Weil ich wollte dem Beschenkten die Möglichkeit geben, sich in einem Video darüber zu bedanken. Aber, wie gesagt, dazu ist es leider Gottes nicht mehr gekommen. Ein anderer YouTuber hat mir dann aus dem Nachlass des Verstorbenen, danke Günther, mein Geschenk wieder zukommen lassen. Ich bedanke mich recht herzlich auf diesem Weg bei Günni. Mal sehen, was ich damit mache. Ich halte es auf jeden Fall in Ehren, denn ich hatte es damals dem Hans-Joachim Blickele geschenkt. So, jetzt, habt ihr schon gesehen, ich habe auch von Günni bei den Päckchen einen Aufkleber bekommen. Und den verewige ich jetzt da oben an der Wand. Der Fingerzeig war sogar fast richtig, weil Günni kommt in die oberste Reihe. Fühlt sich wohl an meiner Wand. Wie sich mancher erinnern kann, habe ich mir diesen Handyhalter, Stativhalter, wie auch immer ihr das nennen wollt, fürs Auto gebaut. Danke mal für eure lieben Kommentare, dass ihr euch so unheimlich Sorgen macht um meinen Heißkleber, den ich darunter habe. Also, das Ding ist gebaut dazu, dass ich es, wie in einem Video gezeigt habe, in die Heizungsschlitz einführe, Handy draufstelle, filme, Handy weg, rausnehmen, weg, fertig. Weil, wie ihr vielleicht wisst, darf man vorne auf dem Armaturenbrett sich seine Sichtverhältnisse nicht weiter stören bei der Autofahrt. Da gibt es irgendwelche Gesetze zu und ich benutze das Ding wirklich nur, um Filmaufnahmen zu machen. Und übrigens, was glaubt ihr eigentlich, was länger hält? Ein Heißkleber, der sich auf einem Lüftungskanal befindet. Ich werde im Sommer bestimmt nicht heizen, sondern kühlen in meinem Auto. Oder ein Smartphone, was installiert ist und in der brütenden Sonne unter einer Windschutzscheibe vor sich hin brät. Was glaubt ihr, was länger hält? Und ihr macht euch Sorgen um den Heißkleber. Dann komme ich nach Hause, böpp, böpp ist wieder dran. Aber mein Smartphone würde ich dann wegschmeißen. Vielen Dank für diese tollen Kommentare. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, habe ich mich über die Besorgnis um den Heißkleber wirklich aufgeregt. Bitte, bitte liebe Leute, überlegt euch eure Kommentare. Bitte, bitte. Ja, und wo bin ich im Moment dran? Da. Das Video kommt dann auch noch. Hier ging es jetzt wirklich nicht weiter. Ist aber auch nicht weiter tragisch, weil ich habe noch zwei, drei Videos im Vorlauf. Das Ding hat also noch ein bisschen Zeit. Hier kommt jetzt eine Holzgeschichte dran, was die Holzwerker wieder interessieren könnte. Das Projekt davor hat dann mehr so mit Elektronik zu tun. Aber ich denke mal, dass ihr das als geistigen Anstoß dann auch für euch nutzen könnt. Gestern konnte ich nicht in den Werkstatt, obwohl ich Zeit gehabt hätte, da meine Gemahlin hier ein wenig rumgefuhrwerkt hat. Sie hat ein eigenes Projekt laufen. Und wenn das dann so weit mal ausgepackt ist, dass ich das euch zeigen kann, kriegt ihr selbstverständlich davon einen kurzen Bericht. Mit Bildern, denke ich mal. Weil wenn das klappt, was ihr da tut, ist das was sehr Interessantes. Also finde ich. Dafür habe ich es auch gestern machen lassen. Bevor ich jetzt mich verabschiede von euch, bedanke ich mich nochmal recht herzlich für die ganzen Glückwünsche zu meinen 500 Abonnenten. Ich hoffe, es werden dann irgendwann mal mehr werden. Bis dahin. Ich wünsche euch eine angenehme Zeit. Hab noch eine schöne Restwoche. Bis dann. Euer Corvus Laborat. Sag winke winke. Und tschüss. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.